so hallo schön euch zu sehen kommenden samstag 11. märz könig unsichtbar und band mache ich ein rockkonzert für euch mit sirup rot gelb und grün lecker und ich singe ein paar songs für euch zb die puppe ist verschwunden wer hat sie gefunden wo könnte sie wohl sein verrate ich euch natürlich nicht möchte dass ihr kommt freue ich mich total euch zu sehen rot gelb grün und vielleicht ist das pferdchen auch mit dabei schauen wir mal super ich freue mich oma opa ihr alle toll wenn ihr kommt tschüss ihr lieben so so Untertitelung des ZDF, 2020